Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Verhütung ein leidiges Thema, auch für viele Frauen, weil doch immer wieder diese Entscheidung getroffen werden muss. Gehe ich mit Hormonen vor oder eben mit Spiralen? Was tut meinem Körper gut? Was eben auch nicht? Und gibt es dafür auch natürliche Verhütungsmethoden, die dem Körper wenig schaden und sogar noch die Beziehung fördern? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Dr. Med. Andres Bircher. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Andres. Schön, dass du da bist. Ja, dieses leidige Thema mit der Verhütung ist ja für viele Frauen schon eine Belastung. Ja, weil man möchte natürlich dem Körper nicht zwingend künstliche Hormone zuführen. Man möchte aber auch nicht das Risiko eingehen, dann vielleicht doch schwanger zu werden. Dann eben auch diese Thematik mit der Kupferspirale, Hormonspirale. Ich habe so das Gefühl, dass uns Frauen wirklich nur so diese Cholera und Pest zur Verfügung steht, oder? Ja. Offiziell. Ja, eigentlich mit dieser hormonellen Empfängnisverhütung, Empfängnisregelung, wurde eigentlich sehr viel Ungünstiges produziert, nicht wahr? Die Frauen glauben, das sei sicher, und das ist gar nicht so sicher, auch wenn man das Gericht einnimmt. Und dann hat man die ganzen Risiken, eben Thrombose, Thrombose, Embolierrisiko, Todesfälle durch Sinusthrombosen. Und da hat eigentlich vor allem die Pharmaindustrie sehr profitiert. Das sind unglaubliche Milliardenbeträge. Und das ist sehr schade. Nun, diese hormonelle Empfängnisverhütung, da ist die Frau wirklich Opfer. Sie nimmt gesundheitliche Risiko alleine auf sich. Der Mann hat hier gar nichts, das er aushalten muss, deswegen. Und sie arbeitet gegen die Natur. Und ihre hormonelle Regulation wird dermaßen stark unterdrückt, wenn sie das längere Zeit tut, dass wenn sie dann aufhören will und eben ein Kind wünscht, dann kommt kein Kind. Sehr oft kommt kein Kind, weil entweder der Zyklus anovulatorisch geworden ist, keinen Einsprung hat, es gibt keine Temperaturhochlage mehr. Oder eben, es ist eine Gelbkörperinsuffizienz entstanden, weil eben Hypothalamus, Hypophyse nicht mehr genug, denn durch LH den Gelbkörper stimuliert. Und dann gibt es zu wenig Progesteron. Und dadurch wird die Gebärmutterschleimholt nicht mehr genügend lange gut aufgebaut, dass das Ei sich einnisten kann. Obwohl man dann vielleicht Eisprung hat, gibt es keine Schwangerschaft mehr, weil das Ei mit der Periode ausgeschwemmt wird. In dieser Situation ist die zweite Zyklushälfte verkürzt. Nun, diese Folge der Empfängnisverrötung wird viel zu wenig beachtet. Und man kann es korrigieren, aber nicht auf die normale, traditionelle medizinische Weise, sondern nur mit Heilpflanzen, eben mit dem Münchspfeffer in relativ hoher Dosierung, welche die hormonelle Regulation im Hypothalamus wieder in Ordnung bringt. Nun, dann viele Frauen, ja, wird dann, gerade wenn sie Nebenwirkungen haben, die Pille macht auch mehr Verstimmungszustände, mehr Kopfschmerzen als ohne. Wenn sie das haben, dann empfiehlt der Gynäkologe meistens dann eine Spirale mit oder ohne Hormone. Und wir haben immer wieder gesehen in unserer Sprechstunde, dass Frauen mit diesen Spiralen eben sehr starke Schmerzen bekommen, Krötschmerzen, Leistenschmerzen, Beinschmerzen, weil diese Spiralen sind ja gemacht als Störfeld. Sie müssen so stark stören, dass eben keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Und wenn man den Frauen dann das erklärt und sie die Spirale entfernen, sind die ganzen Schmerzen weg. Auch mit den Spiralen ist die Gefahr, dass eine marginale Infektion aufsteigt und eine Eileiterentzündung macht, ganz wesentlich höher als ohne Spirale. Wir können also beide Empfehlungsverhütungsmethoden ganz und gar nicht empfehlen. Dann hat eben der deutsche Arzt Professor Rötzer ganz toll ausgearbeitet, wie man die Empfängnis in natürlicher Weise regulieren kann und hat auch den Pearl Index mit ganz vielen Beispielen berechnet. Pearl Index bedeutet, wie viel Prozent Schwangerschaft passieren bei 100 Frauen bei einer bestimmten Empfängnisverhütung. Der Pearl Index der natürlichen Empfängnisverhütung ist tiefer als derjenige mit der Pille, auch wenn man die Pille korrekt anwendet. Er ist nur 0,1. Also nur jede tausendste Frau wird schwanger. Und was auch eben schön ist, man kann dann diese Empfängnisregulung, ist eine gemeinsame Sache des Paares. Da ist die Frau nicht mehr das Opfer und sie arbeitet nicht mehr gegen ihren Körper, gegen ihre Regulation, gegen ihre Natur. Und man kann eben in wenigen Minuten pro Tag das durchführen. Man muss nur ein bisschen Zervigschleim, also ein bisschen Schleim von der Vagina, zwischen die zwei Finger nehmen, auseinanderziehen. Und wenn das lange Fäden zieht, dann sagt man, ist das eine hohe Spinnbarkeit des Schleimes. Und dann ist es die Zeit, wo eben man empfänglich ist. Zu den anderen Zeiten gibt es kaum eine Spinnbarkeit. Man tastet auch noch den Gebärmuttermund aus und sieht, ob dort Veränderungen sind, welche auch zyklisch sind. Das wird einem ganz gut gelehrt. Es gibt Lehrbücher, es gibt Kurse, es gibt viele Therapeutinnen inzwischen in Deutschland, in der Schweiz, welche einen da begleiten können. Nun, diese Angaben, diese wenigen Angaben, natürlich die Morgentemperatur, muss man bestimmen, um zu sehen, gibt es einen Temperaturanstieg und ein Hochplateau in der zweiten Zykluselfte. Und diese Daten schreibt man in ein Protokoll, aber einfacher noch. Man kann heute ein Programm in ein Handy hineinladen, kann das eingeben. Und dann berechnet das Programm zu jedem Zyklus tag genau aus, wie der Perl-Index ist. Und in der Zeit der Temperaturhochlage ist man mit Garantie nicht empfänglich. Da kann man ruhig Zusammengeschlechtsverkehr genießen. Und in den ersten fünf bis sieben Tagen ebenfalls. An den anderen Tagen gibt es eine gewisse Empfänglichkeit. Das Paar kann die Ablesung aus dem Handy und kann entscheiden, wollen wir dieses Risiko jetzt nehmen oder nicht. Und wenn man dann eine Krankheit hat, nützen diese Angaben der Frauenärztin sehr viel, auch um die Krankheit zu beurteilen. Und vor allem ist das sehr wertvoll, eben nicht nur für die Empfängnisverhütung, sondern auch für die Empfängnis. Wenn man ein Kind wünscht, kann man auch den Geburtstermin viel genauer berechnen. Man kann das sehr schön steuern, an welchem Tag man mit größter Wahrscheinlichkeit eben dann schwanger wird. Diese Methode können wir eigentlich als einzige Empfängnisregulationsmethode sehr empfehlen. Sollte eigentlich jedes Paar machen. Es ist auch sehr schön zu sehen, wie das die Beziehung des Paares vertieft, weil die Frau nicht mehr Opfer ist. Es gibt ein gegenseitiges Verständnis. Das Paar versteht sich besser. Und man muss daran denken, eben wenn man versteht, liebt man. Und wenn man verstanden wird, ist man geliebt. Das ist eigentlich das Einzige, womit ich Liebe definieren möchte. So ist diese Methode ein wunderbares Mittel für die Vertiefung der Beziehung des Paares und für die Gesundheit der Frauen. Ja, schön. Kann man sich ja im Grunde mit der App synchronisieren. Da weiß der Mann immer was. Weißt du, diese auf dem Handy, dass man das beide... Ja, da kann man schnell nachschauen, wollen wir heute... Ja, genau. Komme ich heute früher heim von der Arbeit oder nicht? Welches Risiko wollen wir nehmen? Oder wollen wir jetzt sogar endlich ein Kind bekommen? Das ist so schön. Und diese ganze Unterdrückung, diese Geldkörperinsuffizienz, diese anovulatorischen Zyklen, das geschieht nicht mehr. Und für junge Mädchen ist das wunderbar. Man kann es ab der Menarche ihnen lehren und sie bekommen viel mehr Selbstvertrauen, statt dass sie immer Angst haben, wenn sie eben Geschlechtsverkehr haben. Es ist ein großes Problem geworden, gesundheitlich, diese Promiskuität der jungen Menschen. Weil einerseits gibt es dann die bakterielle Vaginose als Geschlechtskrankheit, an der heute sehr viele Frauen leiden. Und andererseits gibt es diese spitzen Kondylome, welche eben dann eine Präkanzerose sind für den Gebärmutterhalskrebs. Und da werden die Frauen auch wieder Opfer von diesem eigentlich unsinnigen frühen Geschlechtsverkehr. Man kann sich nämlich auch ohne Geschlechtsverkehr sehr viel Freude bereiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass es sehr schön ist ohne das. Und das sollten die jungen Menschen vermittelt bekommen und wieder lernen. Dann ist ein gegenseitiger Respekt, vor allem Respekt der Frau gegenüber vorhanden. Ja, ich glaube, da ist ganz schön viel aus der Bahn gekommen, auch mit dieser ganzen Frühsexualisierung der Kinder und das ganze Thema. Also wenn man das mal kritisch analysiert, da geht das alles völlig in die falsche Richtung. Ja, die Natur will das nicht. Darum macht sie diese Krankheiten. Die Natur hat ihre Weisheit. Sie will auch nicht, sie hat das EZVOS erfunden, weil sie auch gewisse Dinge nicht will. Man weiß nicht, wie das funktioniert, aber die Natur korrigiert solche Fehler. Ja, das ist auch noch ein interessantes Thema. Themaverhütung. Wir haben jetzt vorhin zwar über Spiralen gesprochen, aber wir haben jetzt nicht differenziert mit Kupfer und Hormon. Gibt es da noch einen Unterschied? Oder sagst du pauschal beides Störfelder? Die arbeiten ja auf unterschiedlichen Ebenen. Also die Störfeldwirkung ist bei beiden gleich stark, aber bei der Hormonellen hat man zusätzlich noch die Nachteile der hormonellen Empfängungsverhütung mit der Unterdrückung des natürlichen Hormonzyklus. Dann diese anderen Methoden, wie jetzt zum Beispiel, da gibt es ja auch einen Hormonring, da habe ich auch ganz viel schlimme Dinge gehört. Also wirklich Frauen, die von jetzt auf nachher Depressionen, Suizidgedanken bekommen haben, die extrem auf diese Hormone reagiert haben. Ja, ich habe in meinem Buch alle diese verschiedenen Empfängungsverhütungsmethoden herausgearbeitet mit Perlindex und mit den Gefahren und Nachteilen, die sie haben, damit die Frauen das lernen können und entscheiden können, was für sie richtig ist. Und empfehlen habe ich nur die natürliche Empfängungsverhütung nach der Symptotherm-Methode. Die kann man wirklich ganz warm empfehlen. Gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wenn jetzt wirklich, wir hatten es ja gerade von den Erkrankungen oder von den Bakterien, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können, solche Geschichten. Gibt es da auch was Heilendes? Es gibt ja auch Möglichkeiten, Scheidenspülungen zu machen mit vielleicht pflanzlichen Stoffen oder auch energetisch, dass man sagt, okay, wenn man natürlich auch einen Geschlechtspartner hatte, dass es dann auch diese Verbindung gibt, die es auch wieder aufzulösen gibt, aus einer anderen Ebene noch betrachtet. Ja, also diese Gondyloma akkuminata, diese spitzen Gondylome, die kriegt man nicht so einfach weg. Sind das diese Papillonen? Papillomaviren machen das. Und da gibt es verschiedene Arten und die gefährlichsten als Bräkanzerose des Typ 16 und Typ 18 und solche Papillome, man muss sie halt dann chirurgisch entfernen. Und ja, wenn an einer Stelle schon eine Achtung passiert, dann ist das zuerst noch in der Schleimhaut, dann sagt man in situ, dann wird das oft noch nur beobachtet. Wenn es ein bisschen mehr ist, dann wird eine Koniotomie gemacht, also eine chronische Ausschneidung des Gebärmutterhalses. Und wenn das schon weitergegangen ist, dann wird es schwierig. Dann muss man, wird operiert, wird bestrahlt. Es ist eben gerade, es gibt dann diese Impfung gegen Papillomaviren, welche schon kleinen Mädchen besonders in den USA aufgedrängt wurde. Und diese Impfung ist sehr stark ins Rampenlicht gerückt, weil eben ein recht hohes Risiko damit entsteht für eine Multiple Sklerose und andere neurodegenerative Krankheiten. Die Mädchen haben Lernstörungen bekommen, Konzentrationsstörungen, und das ging hin auch bis zu geistiger Verwirrung zu schizophrenen Symptomen. Und wir können diese Impfung gar nicht empfehlen. Es ist relativ gefährlich. In Amerika sind sehr viele Leute damit geimpft. Und die Epidemiologen, die geben aber nicht der Impfung schuld, dass diese Gebärmutterhalskrebsfälle ein bisschen zurückgegangen sind, sondern die sagen, das ist Herdenimmunität, weil so viele Frauen heute solche spitze Gagondylome haben. Und diese Impfung, die verleitet auch dazu, dass man dann glaubt, man sei geschützt. Und man ist gar nicht geschützt. Denn da passieren trotzdem diese Karzinome. Steht ja auch, glaube ich, als Nebenwirkung sogar an der Packung drauf. Sie mussten das hineinnehmen, wurden gezwungen, sonst hätten sie das nicht gemacht. Und diese eben entscheidend ist, dass man wirklich, wenn man Promiskuität liebt, wenn man verschiedene Sexualpartner haben will, dann muss man wirklich jedes Jahr diese gynäkologischen Untersuchungen machen. mit dem Papa-Nikolau-Abstrich, zytologischen Abstrich, wo man sieht, hat es jetzt Zellen, welche eben schon ein Tatungszeichen haben, oder hat es das nicht. Und wenn ein Papa-Nikolau-Typ 3 vorhanden ist, da wird standardmäßig schon eben oft eine Koniotomie gemacht. Ich habe aber vielmals erlebt, dass mit einer starken dietetischen Umstellung und mit Scheidenspülungen der Papa-Nikolaus 3 wieder zu einem 2 geworden ist und keine solche Maßnahmen nötig wurden. Für die Enttattung der Papillome, das Risiko ist ganz stark erhöht, wie man chronisch rezidivierende Scheideninfekte hat, mit Chlamydien, mit Viren. Auch Viren machen Scheidenentzündungen. Und da sind gerade wieder zwei Dinge wichtig. Man kann Scheidenspülungen machen mit Lavendel, Lavendel-etherischem Öl. Lavendel hat eine starke antibiotische Wirkung gegen Bakterien, gegen Pilze und gegen Viren. Und man kann hier 40 Tropfen in ein Gemisch tun von Molke, ein Drittel Molke und zwei Drittel Wasser, damit die Säure da ist und damit man die Milchsäurebakterien fördert. und muss sich dann so legen, dass das ein bisschen drin bleibt, wenn man das installiert. Es gibt so Installatoren in der Apotheke dafür. Und wenn man das eine Zeit lang jeden Tag macht, dann heilen chronische Scheideninfekte aus und dann sind diese Risiken viel kleiner. Das Zweite, womit man sich sehr helfen kann, das ist eben dann auch, dass man nach diesen Scheidenspülungen noch Probiotika in die Scheide hineintut, eben Milchsäurebakterien, welche das Milieu beherrschen sollte. Es hat in einem Milliliter Scheidenflüssigkeit wurde berechnet zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Bakterien. Das ist unglaublich. Und eben nur wenn der pH in der Scheide sauer ist, soll pH 4 bis 4,5 sein, dann werden die krankmachenden Bakterien vertrieben und dominieren diese Döderlein-Bakterien. Und da kann man helfen, indem man dann auch solche einführt. Oder man kann auch aus dem Reformus einen sicher nicht posterisierten Joghurt mit den Laktobizinen hineintun. Das fördert auch diese Bakterien. Pilze vertragen keine Säure, die verschwinden, wie man das macht. Und das Dritte, das dann wichtig ist bei chronischen Infekten, dass man eben die Ernährung so umstellt, dass man viele Nahrungsmittel hat, welche antibiotisch wirken, welche eben das Immunsystem kräftigen und es modulieren. Das sind vor allem alle eben besonders die Rohren, Gemüse, Salate, Früchte, dann Knoblauch und Zwiebel. Diese Sulfide sind sehr stark wirksam antibiotisch und eben auch immunsteigend und immunmolierend. Das ist in unserem Handbuch Nummer 4 mit Tabellen als ganz sorgfältig dargestellt, welche Nahrungsmittel man da wählen kann, um eine starke Wirkung zu haben. Wir haben allen Frauen mit diesen synchronisch rezidivierenden Infekten haben wir diese Diäten empfohlen und das hat wunderbar gewirkt. Da sind wir ja dann auch wieder bei der Thematik, dass das Milieu entscheidend ist über das, was sich wirklich zeigt. Ja, richtig, weil auch das Mikrobiom, das Milieu, das bakterielle Milieu im Darm beeinflusst sehr stark das Milieu in der Scheide. Darum ist es wichtig, das Mikrobiom des Darms zu heilen durch diese Diät. Du hast auch immer schöne Verbindungen noch zu der Psyche und die homöopathischen Mittel dazu. Für was steht denn der Gebärmutterhals, wenn der sich selber so angreifen lässt? Ja, also das ist schwierig zu wissen, nicht wahr? Es ist ja für diesen, also dieser Gebärmutterhalskrebs geschieht zu 96 Prozent nur durch diese Spitzenkondylome. So muss man auch nicht daraus schließen, dass eben diese dass er diese Promiskuität, diese Ansteckung durch Männer, eben verschiedene Männer nicht brauchen kann und dadurch krank wird. Er muss sich schützen mit einer soliden Beziehung, wo solche Übertragungen nicht geschehen. Man muss auch sagen, dass bei Frauen mit chronisch rezidivieren, Vaginalinfekten, das Risiko, sich an AIDS anzustecken, ganz wesentlich erhöht ist. Ja, okay. Und auf der homöopathischen Ebene, hast du da noch ein Mittel, was die Thematik unterstützt oder stärkt? Ja, also für die für den Gebärmutterhalskrebs. Ja, einfach auch genau. Ja, also für Krebsbehandlung, da gibt es hochinteressante Arbeiten, vor allem aus Indien. Ramakrishnan hat in Mumbai eine Gruppe geründet mit zehn Ärzten, als eine ganze Familie ist an Krebs gestorben und die behandeln nur Krebspatienten homeopathisch und haben ganz erstaunliche Erfolge und wir haben festgestellt, dass man ein Mittel melden muss, welches eben das genaue Bezug hat zum Ort, wo der Krebs stattfindet und gleichzeitig mit der Person übereinstimmt, mit der Art des Menschen und ein zweites Mittel, welches mit der histologischen Beschaffenheit des Kreterkrebsbeschwurs übereinstimmt, das ist dann eine Nosode aus Krebsgewebe. gibt es drei Nosoden, die eine ist Garcinusinum, das ist ursprünglich aus Brustkrebsmaterial hoch potenziert worden, es gibt Sirinum, das ist aus Leberkrebs, der viel härter ist, potenziert worden und es gibt Thuja, welches aus weichen, zerfallenen, geschwürigen Krebs potenziert, also welches zu diesem stimmt und man gibt dann den Patienten dort immer eine Woche lang das Mittel, das sind individuelle Mittel und eine Woche lang die entsprechenden Nosode und die haben wunderbare Resultate, solange keine Metastasen sind, nachher wird es schwierig, allein mit der Homöopathie zu heilen. Die haben viele Beispiele zusammengestellt, wo sie Ostrozytome, Glioblastome, wo sie Leberkrebs geheilt haben, und eben auch Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs. Das ist eigentlich ein sehr guter Weg, den man in der Krebstherapie einsetzen kann und ein wichtiger anderer Weg, das ist eben die Heilpflanzen, weil die Zytostatika, die sind nicht selektiv, die zerstören den gesunden Körper genauso wie die Zellen der Krebs geschwulst. Einzig der Unterschied, dass die Krebs geschwulst sich ein bisschen weniger gut erhören kann, kann man nutzen. Hinzu kommt, dass eben bei soliden Tumoren die Zytostatika gar nicht gut hineingelangen und dann oft nicht wirken. Anders ist das mit Heilpflanzen und da gibt es eben jahrhundertelange Erfahrungen in Brasilien, Mexiko und auch in asiantischen Ländern von Naturärzten, welche ganz schöne Resultate haben mit Krebsbehandlung mit Heilpflanzen und in Brasilien ist ein Riskyster aufgebaut worden in der Universität mit den Heilpflanzen von denen die Krebszellen zerstörende Wirkung in Labutess an Krebszelllinien wissenschaftlich belegt ist. Und da gibt es eben Pflanzen, die man nur dort bekommt, aber es gibt dabei Pflanzen, die man bei uns sehr gut bekommen kann, zum Beispiel Aloe Vira, Marien, Diestel Synphytum Calendula, für uns gewöhnliche Heilpflanzen, für die eine starke krebsbekämpfende Wirkung nachgewiesen ist. Aber viele dieser Inhaltsstoffe dieser krebsbekämpfenden Pflanze sind in der Rohkost-Diät, in den lebendigen Pflanzen, die wir essen können, auch vorhanden. Und diese Diät ist sehr stark krebsbekämpfend, auch eben die Sulfide von Knoblau und Zwiebeln und dann hat man die Carotinoide, man hat die Flavonoide, Glucosinolate und so weiter. Das sind alles Pflanzenstoffe, die krebs sehr wirksam bekämpfen, sodass man auch gar keinen bekommt. Super spannend, ich könnte wieder stundenlang mit dir weitersprechen und dir zuhören. Jetzt sind wir zwar vom Thema Verhütung noch über die Krankheit jetzt wieder eben zur Rohkosternährung gekommen und ja, ich hoffe, dass du bald wieder uns besuchen kommst, dass wir dem Thema wirklich noch, du hattest ja jetzt auch noch einige tolle Themen im Bereich Frauenleiden, die wir noch gemeinsam anschauen können und freu mich und bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Danke, liebe Andres. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist immer wieder spannend, wo auch die Reise vom Interview hingeht. Wir haben ja angefangen mit eben natürlicher Verhütung und es ist auch immer schön, dass unsere Gäste so ein unglaublich breites Wissen haben, dass wir da das Feld wirklich für ein großes Thema aufmachen können. Danke fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.